Moin Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Sylter Musiker können sich ab sofort für den Henner Krog Förderpreis anmelden, der im kommenden März stattfindet. Am Mittwochabend wurde in der Strandstraße in Westerland ein Juweliergeschäft überfallen. Der Möwenbergdeich in List ist in den beiden vergangenen Jahren saniert, verstärkt und erhöht worden. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Das Late-Night-Event im Sylt-Aquarium am Freitagabend war ein voller Erfolg und am Wochenende fand im Campus ein großer Flohmarkt statt. Viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung und ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Am 15. März 2015 findet der nächste Henner Krog Förderpreis im Kongresszentrum in Westerland statt. Ab sofort können sich Musikgruppen und Einzelinterpreten zwischen 16 und 50 Jahren mit einer Demo-CD bewerben. Zugelassen sind alle musikalischen Stilrichtungen. Ausschließlich nicht-professionelle Musiker dürfen mitmachen, deren Wohnsitz oder Arbeitsplatz muss auf Sylt sein. Das Preisgeld beträgt 5.555 Euro. Der Sonderpreis für den besten deutschsprachigen Beitrag ist mit 3.000 Euro ausgelobt. Die Bewerbungsfrist läuft am 15. Januar 2015 aus. Ron Am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr wurde ein Juwelier in der Westerländer Strandstraße überfallen. Ein etwa 30-jähriger Mann stürmte ins Geschäft, griff in die Vitrine und entwendete wertvolle Uhren. Die beiden Mitarbeiterinnen versuchten dem Mann, die Beute wieder abzunehmen. Bei dem folgenden Handgemenge setzte der Täter Pfefferspray ein und konnte mit dem Diebesgut entkommen. Die Verkäuferinnen wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Suchaktion der Polizei und die Überwachung der Abreisemöglichkeiten blieben leider erfolglos. Die Erhöhung, Sanierung und Verstärkung des Möwenbergdeiches in List ist abgeschlossen. Zwei Jahre haben die Arbeiten in Anspruch genommen. Diese Küstenschutzmaßnahme wurde von den Listern seit vielen Jahren gefordert. Der 1937 gebaute alte Deich war viel zu niedrig und nicht mehr zeitgemäß. Nun sind die Häuser hinter dem Deich auch bei extremen Sturmfluten sicher. Auf der 2,5 Kilometer langen Krone befindet sich nun ein Spazier- und Radweg. Auf der offenporigen Struktur werden sich in kürzester Zeit Pflanzen ansiedeln. Zusätzlich wurde ein 8 Meter hohes Sanddepot in Höhe des Alfred-Wegener-Institutes aufgespült. Die 350 Meter lange Hochwasserschutzdüne und der auf 6,5 Meter über Normal-Null erhöhte Deich schützen die Niederung des Listerkoks nun gut. Die beiden Küstenschutzmaßnahmen für List haben 10,5 Millionen Euro gekostet. Im Sylt-Aquarium in Westerland konnte am Freitagabend nach Herzenslust geshoppt werden. Zwischen den vielen exotischen Fischen waren einige Verkaufsstände aufgebaut. In der einzigartigen Atmosphäre gab es viel zu entdecken. Wir haben uns mit einigen Sylter Unternehmen zusammengeschlossen, um heute Abend hier in Westerland im Sylt-Aquarium Gäste zu begrüßen. Das heißt Sylter oder auch Urlauber, die auch im November unsere schöne Insel besuchen. Und wir arbeiten nach dem Konzept heute Abend Shoppen für einen guten Zweck. Das heißt, wir sind insgesamt acht verschiedene Unternehmen. Zum Beispiel Sylth Fisch ist hier oder auch die Brillengalerie De Jury. Ja, De Jury ist auch Initiator des heutigen Abends. Dann ist noch mit dabei die Firma Sylth Velo oder auch Bio Maris mit ihrer Sylth Kosmetik. Dann wir vom Sylter Ring Atelier. Dann Sennfrau und Stefan vom Sylter Festchen in Westerland. Und ja, wir alle haben uns zusammengeschlossen, um auch in der dunkleren Jahreszeit so ein bisschen Freude auf die Insel zu bringen. Und das natürlich wie angesprochen zum guten Zweck. Der Erlös von unserer Tombola heute Abend und auch vom Getränkeverkauf, der geht zugunsten der Sylter Tafel und auch benachteiligten Inselkindern. Weil wir auch sagen, man muss sich immer so weit denken. Man kann auch vor der eigenen Haustür Gutes bewerten. Schnacken, shoppen und genießen. Viele Gäste nutzten die tolle Atmosphäre im Sylth Aquarium. Sicherlich kaufte der eine oder andere auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke ein. Der Eintritt ins Aquarium war am Einkaufsabend für alle Besucher frei. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ein wunderbarer Abend. Vielen Dank an die Late-Night-Partner, die bei diesem Herzensprojekt mitgemacht haben. Im Campus konnte drei Tage lang Flohmarktluft geschnuppert werden. Rund 40 Aussteller boten Kleidung für Erwachsene und Kinder an. Spielzeug, Bücher, Schuhe und Schmuck gab es ebenfalls zu entdecken. In den Vorjahren war der beliebte Flohmarkt vom Kampener Kindergarten organisiert worden. Aber den Kika gibt es ja leider nicht mehr. Und so ist es dem privaten Engagement vierer Sylterinnen zu verdanken, dass es weitergeht im Campus mit Unterstützung der Gemeinde und des Tourismus-Service. Die Einzelanbieter erließen an den verkauften Artikeln Prozenter. Die erwirtschaftete Summe geht in diesem Jahr zugunsten des Surfclub Sylt. Am frühen Samstag Nachmittag gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos im Bereich der Flughafenkreuzung in Westerland. Die Kreuzung wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Mehrere Personen wurden in die Nordsee-Klinik eingeliefert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe kam die Tinnumer Feuerwehr zum Einsatz. Die Wehrleute streuten die Straße ab und säuberten die Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens, die Art der Verletzungen der PKW-Insassen und der genaue Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Auftritt der Singer-Songwriterin Daisy Chapman eröffnete am Abend des 14. November 2014 mit wunderbarem Indie-Pop die Winterkonzerte auf Sylt. Im Bistro Friends auf der Westerländer Promenade versucht man mit dieser Konzertreihe von November 2014 bis zum März des nächsten Jahres dem Klischee entgegenzuwirken, das auf Sylt im Winter nahezu nichts an kulturellem Programm geboten würde. Der Auftritt der Westerländer Der Auftritt der Westerländer